Guten Abend miteinander. Sei es um jemandem eine Freude zu machen oder sich lieber selbst damit zu verwöhnen, für jede Gelegenheit hat Arne die Schoggifabrik von Gobe eine süße Überraschung parat. Am Anfang der Schoggifabrik steht die Kakaofrucht, die in den feucht heissen Ländern von Südamerika und Afrika rund um den Äquator wächst und geerntet wird. Das weisse Fruchtfleisch enthalten Kakaobohnen, die nach einer strengen Eingangskontrolle zusammen mit Zucker, Milchpulver und weiteren Zutaten, je nach Sorten, von den Arne-Konfisseuren nach bewährten und traditionellen Verfahren zu den verschiedenen Arne-Spezialitäten verarbeitet werden. Auch Diabetiker dürfen Arne-Schoggi essen, weil verschiedene Sorten, wie z.B. die Arne-Chanduia, mit der zarten Mandelcreme-Füllung keinen Zucker enthalten. Sämtliche Arne-Schoggi-Tafeln offeriert Ihnen Gobe jetzt zu einem Preis, der Ihnen die grosse Auswahl noch mehr versüsst. Gutes Fleisch, gesundes Gemüse, aromatische Pilze und exotische Gewürze, das alles hat z.B. in den Fertiggerichten Midi-le-Menü von Gobe. Midi-le-Menü sind feine, ausgewogene und servietfertige Gerichte für alle, die gerne abwechslungsreich und gut essen, aber nicht so gerne stundenlang in der Küche stehen. Auch die Verpackung ist etwas Besonderes. Das Fleisch und die Beilagen sind trennt, damit alles den eigenen Geschmack behalten. Die Midi-le-Menü sind ungekühlt mehrere Monate haltbar und wenn sie für sich oder wenn überraschend Besuch kommt, schnell ein komplettes Menü machen, die Schalen im Wasserbad oder im Mikrowellenherd, heiß werden lassen, anrichten und geniessen. Erfrischende, aber sanfte Körperpflege dank verträglicher Substanzen. Das ist die Formel der naturellen Pflegelinien, die Sie bei Gobe bekommen. Wertvolle Kräuterextrakte machen das Duschen belebend, aber mild und sorgen für einen angenehmen, dezenten Duft. Bei den hautfreundlichen und zuverlässigen Deus kann man wählen zwischen milder Rollon, einem extra trockenen Stick und einem erfrischenden Vaporisateur ohne Treibgas. Und für das sparsame Händewaschen empfiehlt sich die naturelle Cremeseife, die die Hände nicht austrocknet und die man nachfüllen kann. Nicht nur duschen, auch essen kann man auf die natürliche Art. Mehr dazu weise ich jeden Mittwochabend unsere Studioküche. Guten Abend, Sie kennen das. Man setzt sich hungrig an den Tisch und schon passiert es, man isst wieder mal viel zu viel. Bis sich das erste Sättigungsgefühl einstellt, vergehen rund 20 Minuten. Mit einem leichten Süppchen zur Vorspeise können Sie den berüchtigten Heisshunger bremsen und beruhigen. Für meine Radieslisuppe schäle ich einen Rettich und kleine Würfel schneide und eine Zwiebel fein hacken. Beides dämpfe ich in einem Esslöffel Butter oder Margarine an und lösche mit Bouillon ab. Lasst das etwa 5-6 Minuten kochen lassen. Tiefgekühlte Erbschen ebenfalls dazugeben. Und nochmal etwa 2-3 Minuten kochen lassen. Die Radieslis in feine Scheiben geschnitten kommen allerdings erst ganz am Schluss dazu, weil Sie durch das Kochen die schöne rote Farbe verlieren. Wenn Sie das Rezept ausprobieren möchten, finden Sie die genauen Angaben in der Coop-Zeitung. Hier im Fernsehen kommen jetzt noch ein paar besonders günstige Angebote von Coop auf Wiedersehen. Für die sonnigen Frühlingstage offeriert Ihnen Coop Monoblock-Sessel zum einmaligen Preis von 13 Franken. Und für einen blitzblanken Haushalt gibt es jetzt Meisterpropper mit Nachfüllbeutel für nur 4,90 Euro. 500 Gramm Napoli-Spaghetti kosten jetzt nur 75 Krabben. Der Liter Henje Mineralwasser nur 50 Krabben. Und 2 Kilogramm Sanguinella-Blut-Orangen aus Sizilien gibt es jetzt bei Coop für nur 2,40 Euro. Und das ist das Coop Jubiläumsangebot. 2 Pakete Goldstarr Käseküchli 2 Franken günstiger für nur 3,80 Euro. Ich bin sicher, dass Sie diese Angebote gut brauchen können und wünsche Ihnen viel Vergnügen bei mir kaufen.